Es gibt nur noch der Rest unserer Akku. Jemand da? Nein, niemand. Hey, Vicky. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Gut, so rühre ich sie selbst. Hm. Das Essen ist hier. Das Essen ist hier. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Wow. Das wurde toll gesäubert. Du hast es rausgefunden. Oh ja, bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Frisch wie der junge Morgen. Oh, das war meine Lieblingsausgrabung. Daran erinnere ich mich. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Wie albern. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Das war meine Lieblingsausgrabung. Ich bin froh. 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 Ich wusste es. Was ist das? Wow, ein nettes Holster, Dad. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Eine spanische Dublone, aber von wo? Piratenmünze. Sieht aus wie Avery Siegel. Halt, ist das Avery Siegel? Hallo. Wow. Oh mein Gott. Wow. Henry Avery, der ganz way rauf? Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Niemals ist das Dad. SIG PAVIS MAGNA. Großes aus kleinem Ursprung. Hm. Hm. Was ist das? Was zur Hölle? Oh scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Äh, ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werd dann gleich nachkommen. Wieso? Äh, ich muss nur, ähm... Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit nem Haufen spanisch aussehender Schätzer. Und einem Gewehr. Ja. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja am wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nicht? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, herzue. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren. Richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sack von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich hab auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute. Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sack von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint. Das Boot ist bereit. Der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War es eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch. Und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue. Und sie war verflucht. Krass. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mit in den Jungen des Amazons. Ja, das ist die Legende. Die Karte führte uns mit in den Jungen des Amazons. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020